Hallo meine lieben zurück auf meinem kanal zu einem neuen video heute ist der letzte teil zu was packe ich für den urlaub ein let's go also ich zeige euch jetzt meine kosmetik tasche als erstes haben wir mein nagelset dann eine dose wo ich kosmetik tücher hinein gequetscht habe ein haargummi ein labello meine pickelcreme in dieser in diesem sack ist schmuck drinnen dann haben wir ein parfüm wattestäbchen zahnstocher abschminkbett verschiedene größen und einlagen im oberen fach haben wir bb abschminkbücher meine handcreme mein deo meine haarklammer mein waschlappen mit meiner zahnbürste dann eine bodymilch ein duschgel ein haarschampo mein doktor hauschka reinigungsmilch und mein doktor hauschka gesichtswasska wasser dann haben wir noch zwei verschiedene binden einmal tages und nacht binden und intimtücher fehlen dort noch meine haarbürste meine zahnpasta und mein brillenputztuch aber das brauche ich noch morgen so dann kommen wir jetzt zum grinskrams was auch noch in meinem koffer drinnen ist da haben wir zwei verschiedene spiele einmal das und einmal das dann covid test ich bin zwar geimpft aber zur vorsicht nehme ich es mit dann nintendo ds spiele drei ds spiele verschiedene dann sechs packungen taschentücher stifte marker und dixo dann eurobrex und für meine uhr zum reparieren dann einen leeren block verschiedene broschüren von osttirol da sind sachen drinnen die was wir geplant haben dann mein bullet journal mein tablet eine erste hilfe tasche mein nintendo 3ds meine ersatzbrille dann meine zweite große powerbank die kleine ist in meiner handtasche dann gelsenstecker ersatzteile den gelsenstecker brauche ich heute noch den packe ich morgen ein dann meine gopro plus bauchgurt also umhängegurt dann mein selfiestick dann kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen kabel einmal für meinen nintendo einmal für meine mp3 player einmal für meine gopro und die zwei sind jeweils für die baobanks dann habe ich noch zwei taschen mit einmal die gym bag von puma und einmal eine schöne gelbe umhänge tasche für schön essen gehen und noch ein kissen und hier drin in diesem sack haben wir schuhe ich packe sie jetzt nicht mehr aus sonst bekomme ich sie nicht mehr rein aber da drin sind ballerina schwarze dann meine weißen bugatti meine jeans guess halbschuhe meine adidas schwarz weißen und meine bare latschen was jetzt noch mehr fehlt ist meine tasche lampe mein brillen etui den gelsenstecker mein handy plus kabel und das essen und das trinken fällt noch mehr ja das war's dann für dieses video ich hoffe euch hat diese reihe gefallen freut euch auf die urlaubs vlogs und wir sehen uns dann beim nächsten video tschüss ah und nicht vergessen wenn euch das video gefallen hat gebt gerne einen daumen nach oben es würde mich freuen